Ich bin natürlich, wir sind alle total enttäuscht im Moment, aber ich glaube, es gibt genug Sachen, dass wir aus der Serie rausgehen können und sagen, wir haben uns teuer verkauft. Für mich ist das eigentlich, im Englischen würde man sagen, Our Season in a Nutshell. Also, das Play beschreibt uns eigentlich perfekt. Die Saison, wir haben es nicht gelernt, über wie viele Spiele das jetzt auch waren. Insgesamt 55 Spiele als Mannschaft zu verteidigen und als Mannschaft zurückzuspielen, dass man Spiele gewinnt und dementsprechend ist unsere Leistungskurve nicht nach oben gewesen. Also, man hätte das Spiel halt auch gewinnen können mit ein, zwei Bounces. Ich denke, Chancen hatten wir genug. Insgesamt war es kein Eishockey, was einen langfristig erfolgreich bringt. Wenn man etwas Positive mitnehmen kann, dann ist es die jungen deutschen Spieler, die wir dazubekommen haben. Tobias Antschitschka, Justin Schütz. Wenn die Haie normal funktionieren, dann müssen diese Jungs an den Club gebunden werden langfristig, um da langfristig was aufzubauen. Wenn die Haie normal straf sind, dann muss die Haie normalität kommen. Dann müssen wir uns nicht wieder 줘ufen.